Oh, was habe ich denn da schönes Neues bekommen und aber herzlich willkommen zurück zu Let's Play Project Blackout. Ich nehme doch noch ein Part auf. Gut, ich bin jetzt aber nicht auf Server 3. Jetzt kann... Ne, das ist ja eins sogar. Weil der eigentlich voll war gerade eben. Was habe ich denn so für schöne Waffen? Ich glaube, die L habe ich zum Beispiel nicht mehr. Dummerweise. Ich habe die Spass, wie man hier sieht. Ich klicke mal kurz auf Inventory. Müsste noch eine Doppelgranate haben. Genau, die habe ich noch. C4, Wille Schnittarm, Van Dön. Mal sehen, ob ich hier noch eine geile Sniper habe. Ich sniper immer gern. Zwei Tage nur? Okay. Habe ich hier zweimal eingeblendet bekommen. Manchmal ist es so, bei einer Waffe war es zum Beispiel sieben Tage sofort von Anhieb. Deswegen hat mich das gerade verwundert, zwei Tage. Aber zwei Tage sind besser als null. 90 Tage habe ich diese Scheiße hier. Ist ja unglaublich, Alter. Oh, C5 habe ich drei Tage lang hier. Tja, sieht aber nicht ganz so gut aus. Und im Puncto Sniper, dann könnte ich vielleicht mal... Ach, soll ich mit der Spass kommen? Ich spiele jetzt einfach mal mit der Shotgun. Das ist ein Kontrast der, was weiß ich, der Universen. Weil ich hier vor allem im Nahkampf gut agieren kann, weil der Sniper ja eher so auf Distanz, ne? Mal gucken. Boah. Erstmal hier ein paar Leute, die hier noch rumstehen. Gerade tausendmal dieses komische Giftsmoke hier. Ich weiß nicht, ob das ein Hack ist. Oder ob das gerade noch ein Bug ist. Es sieht eher aus wie ein Hack gerade. Also, ich renne mal hier ein bisschen rum. Bam, bam, bam. Das Problem ist natürlich, ich werde wahrscheinlich sterben. In dieser Map hier vor allem, weil... Weil, deil, weil. Mal gucken. Was habe ich hier so als, na... Natürlich die Gammelwaffen. Die, die man nur mit Credits kaufen kann. Die anderen habe ich natürlich noch nicht aktiviert. Wäre ja doof. Weil ich spiele eher, muss ich sagen, doch eher selten jetzt. Und ich weiß gar nicht, warum er nicht die Doppelgranate auswählt. Weil die ist auf Tage. Jetzt bin ich wieder tot. Zwei Tode. Das fängt sehr gut an. Das ist eine doofe Map hier. Vor allem, wenn wir... Vor allem, wenn wir... Vor allem, wenn wir so angegriffen werden. Und so hoch zurückliegen teilweise schon. More Aimbot. Hm, maybe. Dann hätte ich vielleicht die Chris auswählen sollen. Weil mit der Spass macht es wirklich kaum Spaß. So, pass auf. Da kommt gleich einer durch, glaube ich. Bam, bam, bam. Werfen wir da mal ein paar Granaten rein. Nee, ich gehe hier raus. Also, das macht mit der Spass überhaupt keinen Sinn, irgendwie hier zu spielen. Auf jeden Fall nicht auf dieser Map. Wenn in einem Shotgun-Match. Also, gucken wir hier nochmal nach einer schönen Waffe. Vielleicht gehe ich... Weißt du was? Ich gehe doch in ein Sniper-Match. Wenn hier irgendwo eins ist. Dann gehe ich hier mit dieser Winchester oder wie die heißt. In die Action. Burning Hall sind leider nur acht. Uptown. Sehr gut. Uptown gefällt mir auch die Map eigentlich. Warten wir jetzt nochmal ein bisschen. Mal gucken, was der so hat. Und das Gute ist ja, wie gesagt, wir können sogar von den Gegnern die Waffen aufheben. Die die dann quasi verlieren. Und wenn die dann ein Shade-Tag haben oder so eine L, dann klaue ich die gerne mal. Aber psst, kein Verraten. Ja, man hat ja jetzt auch diese neuen Titel, womit man die Waffen mit Credits bzw. Points hier kaufen kann. Allerdings muss man erst, glaube ich, das letzte Level erreichen. Das ist Level 5. Muss man also noch viel aufleveln. Das Blöde ist, also zum Beispiel Level 1 braucht man 800 Kills oder so, um aufzuleveln. Das Blöde ist nur, ich habe insgesamt schon, was weiß ich, 15.000 Kills oder wenn nicht sogar noch mehr sogar. Vielleicht übertreibe ich gerade. Gucken wir mal nach dem Match. Und da ist einfach das Problem, dass das nicht übernommen wurde. Das finde ich ein bisschen schade, weil man hat ja vorher schon gezockt. Habe schon wieder länger nicht gezockt, aber da habe ich gedacht, komm, nimmst du einfach mal heute auf. Nach der Arbeit. Morgen ist Wochenende. Yeah. Ich bin total, war diese Woche total erkältet. Mein Mikrofon wackelt gerade irgendwie. Warum wackelst du, du scheiß Mikrofon? Das sollst du nicht machen. Ich weiß nicht. Eigentlich dürfte ich nicht lecken, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich lege. So. Bam, bam, bam. Kommt mal einer her. In mein Visier. Boah, Mann. Ich gucke mal kurz, warum das hier so wackelt. Das steht doch eigentlich. Muss ich vielleicht noch fester drehen hier. Alles so provisorisch gerade. Okay, es sind drei Gegner. Ich glaube, hier kommen gleich ein paar durch. Einer steht da auf jeden Fall und schießt von der Stelle aus. Oh, hallo. Ich treffe nicht. Das ist gut. Wow. Ich gehe einfach erst mal weiter hier. Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Nicht zu sehr quatschen. Nein. Oh, du kleines Arschloch. Oh, die hat die Schädigung verloren. Oh. 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 Schande einfach über diesen Charakter hier. Oha. Nein. So ein Spam-Scheiß-Sniper, Alter. Da habe ich nicht die Zeit, um zu zielen. Und ich bin jetzt tot wahrscheinlich, weil der mich verfolgt, der Typ. Ich muss jetzt einfach hier wegrennen gerade. Ich versuche, den jetzt von hinten zu überraschen. Einen Kill habe ich, wie gesagt. Wen habe ich nur umgebracht. Wow. What the fuck. Also, ich glaube wirklich, ich legge gerade. Ich habe den eigentlich richtig getroffen. Na gut, dann eben nicht. Ah doch, stimmt. Ich habe den einen ja von hinten gekillt mit der Shade-Tag den. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Boah, Mann. Was ist denn los? Mein Gott, bin ich gerade schlecht. So. Oh, der lebt noch. Bam. Ich habe dich auch gesehen da vorne. Wo auch immer der sich jetzt gerade wieder verschanzt hat. Oh. Nachladen, nachladen, nachladen. Haben die hier Granaten eingeschickt? Glaube ich nicht. Mal gucken, ob der hier steht, hier unten. Oh ja, da. Warum treffe ich den mit der Shade-Tag nicht? Ich treffe mit der Shade-Tag gerade überhaupt nicht. Und der trifft mich und ich bin tot. Das ist ja unglaublich hier. Ich muss mich anders positionieren. Schnell eine Ausrede erfinden. Das liegt an der Positionierung, ganz klar. Ich war im 361. Winkel. Ein Grad zu viel. Hallo. Oh Mann, diese scheiß Spam-Waffe. Ich kann hier mit der auch Spam. Wenn der will. Ich treffe... Ich treffe einfach gar nichts. Ich verstehe gar nicht, warum ich gerade so schlecht bin. Ah, toll. Gut war das nicht. Es war ausreichend. Und der nimmt die L nicht auf. Ach komm, leck mich am Arsch, du kleiner Wichser. Wie kann man mit so einer scheiß Waffe spielen hier? So ein Dreckskinder, Alter. Jetzt klaut doch noch meine Waffe. Mit der kann man auch spammen. Aber ich spamme nicht. Grundsätzlich nicht, weil das einfach scheiße ist. Im Sniper-Match will man ja genauigkeit quasi trainieren. Und das ist echt eine Sache, wo man... Ich versage hier komplett auf voller Linie. Auf ganzer Linie, so schön, wie man das formuliert. Aber solche Parts muss es auch mal geben, wo ich mich einfach blamiere. Jetzt konzentriere ich mich noch ein bisschen wieder. Und bin wieder tot, weil da einer kämpft. Warum nicht? Warum soll man nicht campen? Der Typ, der wartet da doch nur. Der positioniert sich jetzt so. Alter. Das gibt es nicht. Mit meiner Waffe will er mich killen. Beziehungsweise mit anderen. Warte. Der sagt, wir campen? Ja, aber was sollen wir denn machen, wenn wir hier umgebracht werden? Wenn wir zu schlecht sind. Ja? Tust du? Kommst du? C4, Alter. Ehrlich? Ich will auch einen Shade-Tag haben. Aber ich glaube, ich würde mit der Shade-Tag auch irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich lecke gerade. Ganz ehrlich. Kann sein, dass ich lecke. Okay. Okay. Weil ich hier wirklich gerade gar nichts treffe. Ah. Da ist einer von mir. So. Ihr kleinen Drecksäcke. Jetzt wache ich auf und bringe euch alle um. Jetzt reicht's mir. Ha, ha, ha. Brian. You're dead. Das war erstmal die Aufwärmphase. Jetzt geht's wirklich rund. Ha, ha, ha. Wieso ha, ha? Willst du damit sagen, ich bin inkompetent? Äh, inkompetent. Was hab ich... Ich glaube, ich hab gesagt inkompetent. Weiß ich nicht, was ich gesagt hab. Ja, schon wieder etwas später. Und ich bin echt geredet. Also, wenn ich erkältet bin, dann... Kann ich auch gar nicht schlafen so richtig. Und ich schleiche mich jetzt wie Ninia an. Den Titel hab ich mir verdient. Ne, Brian? Oh, Brian! Oh, Brian! What are you due? Why are you waiting for your dad? I don't know why you do this crazy thing. 9,8. Ja, sehr gut. Jetzt kommen sie hier. So, umzingeln sie mich. Müssen eigentlich wieder respawned sein. So. Der war wahrscheinlich gerade gejoint. Hat sich noch was angeguckt im Menü oder so. Ninia! Oh, nein. Der hat überlebt. Meine Shade-Deck ist in Gefahr. Weil ich sterben könnte. Warte. Na... Brian! Brian, my friend! Wait! Oh, geil. Tot. Wir holen gerade auf. Nur noch zwei Punkte, dann haben wir's. Beziehungsweise ist dann erstmal ein Draw. Ich hab ihn getroffen, aber er lebt noch. Der... Der Olle. Oh, Pursing. Shot. Ah, nein! Oh! Verdammt! Der hat einfach noch ein Aim-Bot hier. Das hab ich schon öfters gemerkt. Hab ich auch PB angeschrieben. Ey, der Zug. Der hat Aim-Bot. Aber nein, die wollen mir nicht glauben, dass der Aim-Bot hat. Tja, und so macht er natürlich seine Kills hier. Manchmal schafft er sogar einen Pursing-Shot. Und... Da ist wieder der Spammer. Den ich über alles hasse. Der jetzt aber tot ist, Gott sei Dank, hoffentlich. Also, ich hab grad einen Tod gehört. Die werden aber natürlich nicht markiert, sondern nur unsere... Truppen werden markiert. Und ich kann hier nicht rausgehen? Was? Komm, glitsch dich raus. Ah. Dammit. Mann. Scheide dich mal, wo du hingehst. Huch. Ich dachte, ich hätte grad einen Headshot gemacht. Aber da war ich vorher schon geschossen geworden. Ja, was ich richtig schlecht finde, ist einfach... Äh, wenn man getroffen wird, dann... Auch wenn man abgeschossen hat, dann wird der Schuss einfach annulliert. Dann heißt es... Nö, du hast gar nicht geschossen. So nach dem Motto. Was eigentlich total unnullisch ist. Ich meine, im wirklichen Krieg. Ist das auch nicht so. Das wäre ja schön, wenn das so wäre, wahrscheinlich. Das, ähm... Finde ich ein bisschen komisch. Okay, der hat gerade wieder einen Purcing-Shot gemacht mit seiner schönen L. Da kommt irgendein Spammer gerade wieder. Ich warte hier einfach und werde wahrscheinlich gleich von rechts überrascht und sterbe dann. Es steht 10-10. So, und das waren Spam-Angriffe. Nur leider, ähm... Habe ich ihn nur einmal getroffen. Ist eben ein schwaches Sniper. Oh Gott, der macht einen Kill hier. Hm. Wow. Der hat mich anvisiert, der kleine... Der kleine Piser. Ich renne mal da hin. Mal sehen, was der so für eine Waffe hatte. Wow. Ah, ich wurde von, äh... Brian, oh mein Gott, gekillt. Ich bin gerade der Beste mit 11-11. Ich muss ehrlich sagen, ich bin super schlecht. Aber... Trotzdem annehmbares Ergebnis. Alter, warum treffen die mich alle? Das geht nicht. Wie kann er mich treffen? Und ich sterbe wahrscheinlich noch bei diesem Sack, der richtig schlecht spielt. Ich beleidige ihn jetzt einfach mal. Weil er... Weil er... Weil er ein Sack ist. Hm. Hm. Hab es gerast? Naja, Sniper. Äh, Shade-Tag meine ich. Oh, Shade-Tag. Nein. Ja, er hat sie zu spät abgeworfen. Wow, Hilfe. Da sind überall Tote. Und der hat mich wieder abgeknallt. Tja, wenn ich hier von Anfang an mit einer Shade-Tag vielleicht gestartet wäre, wäre das ganz anders verlaufen. Erstmal wieder an das Spiel gewinnen und ich hab... Na, die Sniper ist... Hm. Die Map ist... Hm. Burning Hall wäre natürlich noch besser gewesen hier. Die hier ist ein bisschen verwinkelter. Ein bisschen großflächiger. Oh, Shade, dass ich dich nicht erwischt habe, Brian. Mist. Das Problem ist, dass die hier von rechts kommen. Und ich einfach wieder tot bin. Weil die hier campen teilweise. In allen Positionen campen sie. 11, 13. Ich hoffe, am Ende habe ich Plus. Also, wenn es nicht so wäre, wäre es schäbig. Weil meine KD ist 63%. Und wenn... Wenn ich natürlich viele Kills gemacht habe, insgesamt. Oh Gott, Alter. Alter. Das war schlecht. Ich schäme mich, auch wenn ich den gekillt habe. Eigentlich hätte ich es gar nicht verdient gehabt. Das war irgendwie nubig. Mir entgleitet auch irgendwie hier die Maus und die Tastatur. Die rückt immer weiter nach hinten. Solche Geschichten passieren mir. Solche traumatischen Geschichten. Die mein Bewusstsein stören. So, komm. Hier, jetzt mache ich nochmal ein paar Kills. Will mich ja mal von einer guten Seite zeigen. Na toll. What? No Hit? Das gibt es doch nicht. Warum treffe ich die Leute denn nicht mehr? Was ist denn los hier? Schon wieder nicht. Jetzt aber. Bam. Endlich mal. Es regt mich einfach auf, dass ich gerade so schlecht bin. Hm. So, da kommt gleich einer und der ist tot. Oder auch nicht. Oder doch. Grapefruit. Geil. Da hätte ich jetzt voll Bock drauf. Ey, schießt du... Willst du mir den Kopf schießen? Oh, Mist. Sie war gerade im Visier. Wow. Und sie wirft mit einem Messer. Ist sie hinter mir? Ich will nicht von hinten erschossen werden. Wir haben... Die Oberhand sehe ich gerade. 70, 49. Wow. What the? Wow. Oh. 14, 13. Geil. Ich bin so gut. Ich habe Plus. Ich schleiche mich mal jetzt hier an. Wow. Wow. Es sind nur noch zwei. Wie lame ist das denn? Ab jetzt, wenn ich sterbe, sage ich, das war extra, weil... Weil... Äh... Weil es fair ist, ne? Fair Play und so. Sage ich das einfach. Ich habe mich umbringen lassen. Extra... Oh. Hallo, mein Freund. Nein! Das war mein Kill. KS. Killsteal. Ja. Oh, das... Das ist ein Spammer. Mann, was soll das? Beim Spammer muss man echt aufpassen. Hä? Der schreibt Camper? Wir sind doch in deren Base. Was sollen wir denn machen? Ist doch eigentlich schlau, bei denen zu stehen und... Naja, vielleicht ist es ein bisschen Campen, aber... Ähm, wenn die so schlecht sind... Ähm... Haben sie es verdient, diese Arschburkchen. Hallo? Wah, Spammer. Ey, das ist echt... Das ist nubig, sowas. Mit solchen... Verkrepelten Scheiß-Sniper-Geschützen zu spielen. Und es dauert noch voll lange. Oh, warte, hier. Ey, you trade my friend? Come on, please. I'm on YouTube. Hallo? Arschloch. Wah! Mein Kopf wurde getroffen. Fast. Ich weiß aber nicht von wo. Weil der... Weil der Typ da vorne einfach... Dumm ist und überall gegenschießt. Hallo? Lass mich doch hinzu. Ich häng' fest. Alter. Ah. Schlecht. Einfach nur schlecht. 16, 15. Ich hasse diese Sniper jetzt. Ich fand sie mal eine Zeit lang gut. Aber in so einer Map... Komm schon. Ja. Und voll viel Schuss sogar noch drin. So, jetzt bin ich wieder im Aim-Bot-Zug hier drin. Aim-Bot-Train. Boah, ich hab ihn getroffen, Alter. Nice, nice, nice. Doch, es bringt nichts. Denn es gibt hier kein Assis. Also, äh... Es ist gelebend. Huch. Ja. Die Nudel ist weg. Grapefruit. Hey. Boah, warum treff ich den denn nicht? Ich... Ich versteh's nicht. Ich bin so schlecht heute. In diesem Port. Doppel-Kill. Weil ich wahrscheinlich zu viel quatsche. Boah, ich treffe den und bekomm den Kill natürlich nicht. Noch nicht mein Assis. Assis so. Das ist so unfair, die Welt. Die Welt ist so unfair. Mann. Aua. Was soll denn das? Bitteschön. Hm. Na, nicht ganz so spannend hier. Es sind voll wenig Gegner. Burning Hall wäre besser gewesen. Die Map ist not my favorite. Aber es soll auch auf jeden Fall keine Ausrede sein, dass ich jetzt hier so schlecht bin. Ähm... Sondern einfach, weil ich... Weil ich's heute nicht drauf habe. Ganz einfach. Alter, das gibt's doch nicht, Alter. Unknown Shot. Das sind meine Schüsse hier. Richtig, äh... Random. Random Shots from me. Leider. Headshot. Hm. Vielleicht. Tja. Ich komm jetzt auch eher weniger zu Aufnahmen, weil ich wirklich viel zu tun habe. Oh, der Unknown Shotter. Ah, schade. Aber das heute wollte ich mir nicht nehmen lassen. Ein Part mal wieder aufzunehmen. Weil ich die anderen zum Beispiel jetzt ein bisschen vernachlässigen muss, die Let's Plays. Und das hier eben am flexibelsten ist, weil man das schnell aufnehmen kann. Ne? Habe ich gedacht, komm, machst du mit dem PB kurz mal weiter. Oh man, die Waffe ist so kräppel. Wow. Bam! That is kill, my friend! Yeah! Ich feier mich gerade selbst, weil ich ein schlechter Loot bin. Aber 2016 am Ende. Zwar schlecht, aber schlecht. Oh, hallo. Meine Shade-Tag, du alter Sack! Mann, ey. Oh, geil. Guck. Level 3 schon. Ich glaube, Level 5 muss man am Ende werden. Oh, jetzt raste ich aber aus. Jetzt raste ich hier aus. Wow! Aus 0,002 Metern getroffen. Das kann nicht jeder. Wenn die Flinte direkt auf der Brust ist. Das kann nicht jeder treffen. Da verzielen ziemlich viele noch. Und der Spammer. Der wird mit einem Headshot fertig gemacht. 23,16. Also am Ende doch irgendwie noch relativ okay. Würde ich mal sagen. Obwohl ich hier richtig fail eigentlich rumspringe und schon lange abgeknallt hätte sein müssen. Weil ich so schlecht bin. Beziehungsweise weil ich hier einfach rumhüpfe. Hat nichts mit Taktik zu tun. Ich laufe hier gerade einfach nur rum. What the heck is this? 25,16. Nein, ich bin tot. Der Spammer. Dieser scheiß alte Drecksack. Der Typ. Ich beleidige ja nicht seine Person unbedingt. Sondern seine Person. Ja, am Ende dann 3, 8. Plus 8. Das ist gut eigentlich. Gut ist es nicht. Aber wenn man so auf die Vergangenheit dieses Partes guckt. Welche ja mega in der Vergangenheit ist. Dann ist das in Ordnung. Weil ich ja bei Minus sogar war. Tatsächlich. Da schäme ich mich für. Ich renne jetzt hier einfach in den Tod rein. Hallo. Jay. Okay. Der hat mich nicht getroffen. Warum? Anscheinend wollte er ja nicht stehen. Oh nein. Ich wollte nur die Shadek haben. Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass dann eine Bombe geworfen wurde. Fuck you, bitch. Watsch. Hm. So. Gucken wir mal. 10 Minuten noch. Ich denke, die werden wir auch fast spielen. Also mindestens 8 Minuten. Nein. Das habe ich geil gemacht. Ich bin so ein Fuchster. Yeah. Oh, warte. Bam. Okay. Nice. Nice try. Oh, der Spammer wieder. Und da irgendein anderes Ding. Lebewesen. Bam. Double kill. Oh mein Gott. No. Ach, ist nicht der Spammer. Bam. Und jetzt der Spammer. Bam. Oh, ich raste aus. 31, 18 am Ende, Alter. Uh, da bin ich echt froh drüber. Gut, aus dem ersten Match bin ich geflohen. Weil mit der Spass. Ich habe mich blamiert. Oder sagen wir einfach, ich war zu schlecht. Was auch der Fall war. Mit der Spass kann ich nicht gut umgehen. In so einer großen Map. Wo viele auch snipern. Und mit Chris. Und das ist viel zu schnell. Und die Spass ist da noch zu langsam. Wie ich finde. Die schießt ja nur einmal. Und dann bam. Wieder aufladen. Auch wenn man Kuckuck spammt. Right. Nick. Ne Captain Zero. Oder wie du heißt. Oh. Jay. Nein. Und der. Ich sehe den genau noch im Fenster da. Rumhopsen. Oua. Aue. Ist er tot? Schnell klauen. Schnell die Leiche. What? Ich dachte das wäre ein Headshot gewesen. Schade. Sah fast so aus. Und die Shay wieder am Start. 32,19. Ich feiere. Ich feiere mich gerade selbst. Ich bin so einer, der sich selbst geil findet und so. Aber nein. 32,19 am Ende noch. Es feiere ich gerade irgendwie, weil ich so schlecht war. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. What are you doing, my friend? You must die. Do you copy? Oh. Jay. Nein. Nein. Jetzt habe ich gar nicht. Oh. Ich bin so schlau. Ich bin der Schlauste auf der Welt. 400 plus 12 am Ende. Plus 14 am Ende. Ja. Die Zeit werden wir nicht mehr rumbekommen, sondern. oder doch rumbekommen. Ähm. Ich meine, ne? Dass ich nicht ablaufen kann. Scheiß Spammer, Alter. Mit der könnte ich auch spammen. Guck. Bam, 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 bam. Und so. Aber ich mache das nicht. Weil die Sniper zum Spammen teils auch ungeeignet ist. Sonst würde ich es vielleicht machen. Ach shit. Hatte ich noch Muni? Ich weiß es nicht. Na, 36, 1. Aber viele Tode. So viel habe ich eher selten. 21 Tode. Das ist schon heftig. War aber auch ein langes Match. Boah, ich. Wie ich mich gerade anstrenge, nicht zu husten. Ach, schade. Ich habe zweimal einen getroffen, glaube ich. Also nicht den gleichen, sondern jeweils einen. Und zwar dich, mein Freund. What? Mist. Überlebt. Oh, die Shade-Tag ist so geil. Ich lebe dich. Ich lebe Shade-Tag. Oh, hallo. What? Geil. Ich glaube, die hat so einen Wanted-Mod oder so. Wo sie dann noch ihre Schüsse lenken kann. Weil ich war schon um die Ecke. Aber nice. So, ich werfe mal hier die Granate in die Lüfte. Über den Vulkan. Oh, muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Was? Ich habe einen getroffen? Boah. Geil. Oh. Nein. Der Spammer. Ah. 7-7. Hm. Naja. Die meisten sind vielleicht noch ausgeglichen. Bei manchen lege ich in Führung. Bei manchen lege ich zurück. Wobei ich gar nicht weiß, bei wem. Oh, mit einem. Ja, gut. Jetzt bei ihm. 40, 24. 5 Minuten. Nein. Aus und vorbei. Und jetzt zeige ich euch mal kurz meine Statistik hier. So, let's go to the... Ja. 15... An den 1500. Hm. Danke, danke, danke. Ja, danke. Hm. My Info. And here. Oh. Nur 62%. Ich bin abgerutscht. Ich habe allein schon 4.113 Headshots und 27.953 Kills, 17.134 Tote. Also relativ viel schon, wie ich finde. Und ja, Mastermedaillen. Hat doch hier, Batch, 87, ja, Medaille. So, wir... Oh, my God. So, wir sehen uns im nächsten Part bei Let's Play Project Blackout. Mal sehen, wann der kommt. Irgendwann nächste Woche vielleicht, nächsten Monat. Und ja, wir sehen uns dann. Ciao.